Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry Primal. Wir stehen hier bei Karosh. Wie hieß der Typ? Karosh, der Krieger. Und ich würde sagen, wir starten direkt die Mission. Bring Karosh, den Krieger, in dein Dorf. Er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Speeren und Keulen aus. Belohnung 500 Erfahrungspunkte. Okay, ja. Hilf dem Venya-Krieger. Machen wir da gleich mal. Oh, oh, hier sieht's wieder richtig gut aus. Karosh. Ach, das war gar nicht Karosh. Der Karosh ist nämlich hier unten. Oh. Ah! Suudi. Gusti. Balte, a jelda ta Af! Da windja. Mugaru. Braus, te as nas. Das ist so, was wir? Ich bin der Fall, die ich nicht. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Aber du kannst dich nicht. Aber du kannst dich nicht mehr. Du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Wirf die Udam-Leichen in das Lagerfeuer. Und dann? Verbrannte Leichen. Aua, 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 aua. Nein! Oh, mein Gott. Komm, nimm die Leiche. Und er schnappt sich da einfach mal die Gegner. Und weg damit. Töte die Udam-Krieger. Oh, schöner Schuss. Aua. Alter, willst du mich verarschen? So ein beschissener Stein. Ja, der trifft mich natürlich immer. Und mein Pfeil geht immer daneben. Hey, was ist das für eine Logik, Jungs? Hey, was ist denn los? Meine Pfeile treffen sich jetzt. Mein Gott. Was ist denn los? Oh, wer ist denn los? Oh, da! Ich kann mich nicht. Ah, hier ist es. Ich kann mich nicht. Wo ist denn der Speer? Hä, wo denn? Erstens ist es da und plötzlich hinter mir. Nein, 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 nein. So geht das aber nicht, meine Freunde. Oh, das sieht jetzt mal gut aus. Wir haben es anscheinend geschafft. Na, natürlich. Na, natürlich. der treffsichere Erfolg freigeschaltet ja und damit haben wir auch schon Karosch den Krieger freigeschaltet das heißt wir können ja theoretisch direkt zum Lager zurückkehren und dort ja sein Zelt ausbauen weil ich denke das müssen wir auf jeden Fall wieder weil jeder hat seine Hütte auch er aber vielleicht können wir ja die Mission ja weil die Mission von Seila ist ja direkt noch hier in der Nähe dann würde ich fast sagen wir nehmen einfach Seilas Mission noch mit und kehren danach zurück zum Hauptquartier Hauptquartier klingt ein bisschen naja ihr wisst schon was ich meine zu unserem Lager zu unserem Hauptlager dahin kehren wir dann zurück aber wie gesagt wenn wir einmal hier sind da kann ich natürlich auch gleich diese Mission hier noch mitnehmen das wäre ja sonst etwas schwachsinnig suche die Knochenhöhle nach dem vermissten Venya Jäger ab Fußspuren des Jägers wir nehmen natürlich wieder ein bisschen Holz mit immer schön so wo ist er hin wo ist er hin der muss hier hoch sein da oben geht es weiter überleben in der Kälte das nördliche Ödland ist kalt und menschenfeindlich mit einer aktuellen Kleidung würdest du in Kürze erfrieren um zu überleben solltest du ein Lagerfeuer zum Aufwärmen entfachen und Rohstoffe suchen mit denen du im Handwerksmenü verbesserte Kleidung herstellen kannst wo das ist auch hier ein bisschen jetzt wirklich so Reibel lastig wir brauchen so zu sagen was braucht man eigentlich für verbesserte Kleidung aber kann ich die schon bauen ich kann ihn noch gar nicht bauen oder die Kleidung wo ist denn die Kleidung Winterkleidung also ich könnte sie schon bauen aber uns fehlt halt wie gesagt das benötigte dieser Typ fehlt uns auf jeden Fall erstmal noch den müssten wir theoretisch erstmal befreien bevor wir überhaupt irgendetwas machen können ich bin mir halt nicht sicher ob wir das jetzt trotzdem wir können natürlich die die Hütte könnte man ausbauen und wo ist denn Karosh er ist doch ins Dorf oder er ist ins Dorf ja ja wir müssen halt das dauert anscheinend nur nur vier Minuten ich bin mir jetzt nicht sicher ob wir die Mission jetzt wirklich machen wollen ja komm scheiß drauf wir versuchen die Mission einfach mehr als verlieren können wir ja nicht aber wo zur Hölle sind die Fußspuren hin irgendwo hier die müssen hier sein hier ist die Höhle hier sind keine Fußspuren hier sind keine Fußspuren naja wir müssen auf jeden Fall dann umdrehen denke ich fast schon weil das Problem ist auch ganz einfach hier sind keine Fußspuren mehr ach doch hier oh Gott die führen hier hin ah hier ah hier geht die Kälte zum Glück nach unten oder ja doch die Kälte ist hier in der Höhle wieder komplett weg von daher geht das oh das klingt nicht gut Tasche für den Gegenstand bereits voll das sind wahrscheinlich Knochen oder sowas ähnliches oder Fleisch aber Fleisch gibt es hier anscheinend nicht mehr viel oh was ist denn das eigentlich Mist Höhlenlöwe naja gut den hab ich ja schon gezähmt einen davon aber das Fell können wir ja noch mitnehmen so wir müssen jetzt dem Typen weiter folgen der ist hier entlang der ist hier gewesen an dem Rucksack kann ich den mitnehmen Grünblatt und wo ist er danach hin hier gibt es keine Fußspuren mehr da hä dann war er wieder hier was ist das für eine Logik na hier komm schon Junge kletter aber hier sind die Fußspuren wieder von hier in diese Richtung der ist wieder hier nach oben gegangen oh hier ist er doch gib dem Jäger die Heilpflanze Töte die Bestien in der Höhle wir müssen wahrscheinlich erstmal die Bestien alle töten oh mein Gott wo zur Höhle ist eigentlich mein ähm Simmelzahntiger warum aber das war jetzt ein bisschen dumm ich hätte wahrscheinlich wegrennen sollen dann das Problem ist einfach ich bin nach zwei Schlägen einfach mal Mause tot ja es speichert natürlich genau bei einem Gegner warum nicht kann man ja mal machen mein Gott manche Speicherpunkte die sind so asozial sorry jetzt für den Ausdruck aber es ist echt so komm Jakin Jakin komm er rennt halt einfach weg jetzt hat er ihn oder jetzt hat er ihn er hat ihn finde den Venya Jäger gib dem Jäger die Heilpflanze ähm oh schnell drücken go 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 greif an hier greif an hä was ist denn mit meinem mein Gott alter was ist los nein ich häng fest was ist denn kaputt wie soll man das schaffen mein mein alter mein Kollege macht gar nichts greif ihn doch mal an verdammt ich kann nichts tun ich kann überhaupt nichts tun mein mein Säbelzahntiger greift ihn einfach nicht an das ist gerade ein bisschen problematisch das ganze Ding hier wir haben eigentlich null Chance da kommt gleich noch einer das ist fast unmöglich wir werden hier komplett zerfleischt von diesen Bestien wie gesagt unser Tiger macht nix wir können eigentlich nix gegen die Bestien ausrichten die sind mir zu viel zu stark das liegt natürlich ein bisschen an der Schwierigkeit mein Gott ey heilige scheiße so jetzt haben wir erstmal die erstmal erledigt aber da kommt jetzt gleich wieder mehr von denen und das ist das Problem aber wie gesagt mein Säbelzahntiger macht halt nix das ist sein Problem der macht einfach nix und ich weiß nicht welche Waffe ich am besten nehme weil mit nem Bogen der macht nicht so viel Schaden wie nen Speer aber ich hab halt nur 3 Speer und wenn der weg ist wechselt er dann immer dummerweise erstmal zum Bogen und das ist schon mal richtig fehlerhaft was er da macht das darf er nicht tun und ich glaube das eine war auch ein Säbelzahntiger wenn ich das richtig gesehen habe ja sehr schön aber nur der ist tot naja wir müssen wir müssen uns bewegen töte die Bestien in der Höhle ja meine lieben Freunde das wird natürlich jetzt ein bisschen problematisch wenn das ein Säbelzahntiger ist der hat das sah aus wie ein Säbelzahntiger und ich glaube es ist auch einer hier bleib doch mal bei mir warum rennst du denn davon ja das ist ein Säbelzahntiger oh ja er ist tot man das waren jetzt aber zwei drei gute Sperre voll in den Kopf und Gott sei Dank Gott sei Dank wir haben es geschafft also manche Stellen hier in dem Spiel sind deutlich schwerer weil generell Nahkämpfe sind einfach viel viel schwerer als wenn man Waffen hat also richtige Schusswaffen hat muss man schon mal so sagen also ich habe bei Far Cry 4 oder so nie wirklich Probleme gehabt auf dem Schwierigsten Modus aber hier muss man schon sagen du kämpfst gegen total starke Bestien einfach mal im Nahkampf in einer dunklen Höhle und das macht dann schon den Unterschied das Spiel ist schon einen kleinen Tick schwerer manche denken sich jetzt vielleicht ei Gott wie dumm ist der Junge denn eigentlich ja es tut mir leid nee aber das ist schon also ich finde es persönlich jetzt schon ein kleines bisschen schwerer als die Vorgänger wie gesagt die waren halt meiner Meinung nach wiederum relativ einfach klar gab es immer mal Stellen wo man auch mal gestorben ist und so weiter und so fort aber im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall einfacher so und wir bevor wir jetzt hier weiter rumlabern kehren jetzt einfach mal zurück ins Dorf und werden mal schauen was wir dort jetzt machen können weil wir werden jetzt sicherlich einiges ausbauen können und wir werden auch vielleicht die ein oder andere Mission bekommen und wir können natürlich auch mal das Belohnungslager öffnen weil ich denke auch da wird es eine Menge geben sieht man hier schon eine ganze Menge wobei ich brauche vieles gar nicht wie ich jetzt was ist denn das hier ah Kapalsplitter jetzt habe ich die Kapalsplitter einstecken die Frage ist natürlich was macht mehr Schaden das ist so ein bisschen die Frage was macht mehr Schaden gibt es da irgendwie eine Anzeige oder so aus scharfen Knochen na gut ah das eine versetzt die ja in Raserei okay der eine ist gesperrt achso alles klar hier drin kann ich ja nichts werfen ich weiß gar nicht mehr ob das mit mittlerer Maustras oder so war ich bin mir gar nicht mehr sicher hier brauche ich viermal Dachsfell noch um mein Lager zu erhöhen äh zu verbessern aber wie gesagt die Dachse sind ja auch so eine Sache bei den Dachsen denkt man ach guck mal süß und niedlich und klein und so und am Ende naja stärker als irgendwelche Bären so jetzt müssen wir da unten gibt es anscheinend Missionen bei ihr nicht aber hier hier müssen wir erstmal das Lager also von ihm die Hütte ausbauen oder hast du schon eine Hütte? ist das deine Hütte? Freund? Windjahr Udang Wohan Dachseier Upgrade ja wie gesagt was wir es in Hütte noch schlimmer der Attacke und nimmt ihr das Siegenfell weg so und bauen uns mal diese Hütte hier aus oder wir bauen neue sozusagen andere war wahrscheinlich die ganz normale wohnen Hütte und jetzt haben wir die Unterkunft für Karosch gebaut Kriegerfähigkeit zweihändische Keule Winterkleidung ach das ist der K ah bei dem kann man die Winterkleidung jetzt bekommen ach ist das cool ey ich kann die doch jetzt schon bauen oder kann ich das jetzt nicht direkt ich hab mir jetzt gerade direkt Wolfsfell verschwendet okay wir brauchen auf jeden Fall Wolfsfell aber was geil ist wir können die zweihändige Keule bauen zweihändige Keulen verursachen großen Schaden im Nah- und Fernkampf sie sind schwer und langsam also wähle deinen Angriff mit Bedacht ja wir schauen uns die Waffenwechsel du hast gerade eine neue Waffe freigeschalten du kannst mehrere Waffen desselben Typs in deinem Handwerksmenü freischalten halte Kugel drückt um das Waffenrad zu öffnen und zwischen Waffen desselben Types zu wechseln wähle eine Waffe und drücke Mausrad hoch oder Mausrad runter um zwischen Waffen desselben Types zu scrollen ja aber das wissen wir ja schon das haben wir schon gemacht aber die Keule sieht schon mal richtig geil aus wie ich das gerade gesehen habe was sind das für was sind das für Missionen interessant Dorf Missionen Rede mit Manu ja bevor wir das aber machen würde ich gerne erstmal mit dem Kollegen hier reden Mission zum Kartenmenü hinzugefügt hat er gesagt ich soll Mammut reiten kann ich Mammut reiten in dem Spiel also ich glaube jetzt nicht aber so die müsste jetzt eigentlich hier auf der Karte irgendwo eingemalt sein die Quest also eine Quest ist hier ganz weit hinten Folge den Leuchtkäfern um den Großelch für Jaima zu erlegen dann haben wir hier Karosch der Krieger das ist schwer rette ein Mammut steig auf die Bestie und zu... wir müssen anscheinend wirklich in den Mammut reiten nice finde ich sehr nice vielleicht können wir dann auch die äh ähm die anderen Tiere reiten also zumindest die größeren wie den Säbelzahntiger vielleicht geht das danach ich bin mir nicht sicher aber möglich ist es auf jeden Fall so den seine Mission habe ich jetzt wir gehen mal zu ihm hier unten ja das Dorf wächst wirklich also das sieht schon richtig nah jetzt aus hier hi ja Naiga Naiga also solange du mich Pissemann nennst ne mach ich für dich gar nichts kannst vergessen das kann doch nicht sein hier aber naja gut wir wollen mal nicht so sein da unten ist seine Mission also eigentlich wahrscheinlich das nächste Ziel schätze ich jetzt was es sei denn die Mission hier oben ist noch ein bisschen näher naja wie gesagt wir können ja alles ein bisschen mitnehmen geh mal na wenn ich jetzt hier reingehe kommt auf jeden Fall wieder eine Vision das lasse ich jetzt lieber mal denn in sieben Minuten werden wir das auf jeden Fall nicht schaffen also ich glaube wie gesagt dass eine neue Vision kommen wird können wir denn noch was ausbauen wir können anscheinend noch was ausbauen das ist hier Tensei's Hütte könnte man noch ausbauen wo ist eigentlich Tensei Tensei ist doch da drüben oder naja wir schauen ja wir müssen an seinen Stein rangehen dann können wir die ausbauen wir müssen nicht die Mission starten Aua 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 ich will ja nicht im Dorf sterben das wäre dann dann wahrscheinlich etwas peinlich ja da freuen sie sich alle dass ich ihre Hütte verbessert habe so Belohnung 3000 Erfahrungspunkte wir haben jetzt insgesamt vier Erfahrungspunkte wieder das heißt wir könnten theoretisch wieder etwas ja skillen erhalte bloß ein Gesundheitsbalken du kannst maximal sechs Gesundheitsbalken haben das heißt hier gibt es noch einen dazu hier gibt es noch einen dazu immer okay hier ist hier ist der fünfte oder gibt es ja auch einen dazu hier gibt es aber keinen dazu das stelle ich hier stellt bei der manuellen Heilung plus ein Gesundheitsbalken wieder her naja egal wir machen jetzt erstmal das hier dann haben wir noch zwei Punkte übrig finden wir heute in der meisten Tiere plus zwei Fleisch bewege dich in der Hocke schneller drücke 10 um die Hocke zu gehen schnell zwei Stachelbomben statt eins im Waffenrad her die dafür benötigte Anzahl von Rohstoffen bleibt gleich schätze bei Köln statt einem Waffenrad her geht für alle Kölnarten naja das klingt doch mal nicht schlecht das kann man auf jeden Fall machen das klingt doch mal nicht schlecht so jetzt bin ich mal gespannt was die Dorf Missionen so sind ob man da irgendwas machen muss was wir da machen müssen weil im Dorf direkt wird es wahrscheinlich nichts sein wir schauen uns einfach mal an mach Wasser gut für trinken mhm ok Dorf Missionen findet heraus was das Wasser im Dorf vergiftet hat die Möglichkeit leicht und wir können aber noch mit dem anderen Kollegen hier reden der hier unten steht direkt 3 ja Uga 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 das ist ein weiteres Schalz und Wanda Tietje Hauin der Bau Winterstand Anauert Wanda Mann ab an Kali Mh Ustas die Jahr Art Geistertotem wo ist die Mission hier unten durch Missionen hilft ihnen wenn ihr ein Geistertotem zu erreichen Wie gesagt, mal schauen, was wir in der nächsten Mission, ja, in der nächsten Mission, ja, als nächsten Mission in der nächsten Folge machen werden. Ich glaube fast, dass wir hier zuerst mal hingehen zu hier der Dorfmission und dann können wir vielleicht mal gucken, dass wir hierhin kommen und hierhin kommen, die Mission mitnehmen. Und wie gesagt, natürlich ein bisschen, immer wieder ein bisschen erkunden, das gehört einfach dazu zum Spiel. Und ja, aber ich würde schon sagen, auch wenn die Folge jetzt wieder ein paar Minuten kürzer geht als normal, aber das denke ich mal, ist ja nicht so schlimm. Wir haben einiges erreicht, wir haben wieder einen, ja, neuen, berühmten Dorfwohner dazu bekommen sozusagen. Die anderen, naja, die sind ja nicht so, ne, ihr wisst schon, die haben ja alle keinen besonderen Skill. Aber hier, wir haben jetzt den Krieger freigeschalten, der uns wieder die Riesenkeule geschenkt hat, also die zweihändische Keule. Riesenkeule klingt etwas, naja, etwas, ihr wisst schon. So, und dann können wir nämlich auch die Winterkleidung herstellen, das heißt, wir müssen aber noch zwei Wölfe jagen, aber das dürfte ja eigentlich kein Thema sein. Die rennen eigentlich in Massen rum, vor allem nachts, also das soll da alles kein Problem sein. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und ich hoffe, ihr seid zur nächsten Folge wieder dabei bei Far Cry Primal. Ciao!